so ein ganz herzlich willkommen zum neuen paar von let's play super mario mega 2 ich wünsche euch auf jeden fall einen ganz schönen spaß hier ich bin gerade von der schule zurück heute war nämlich mein erster schultage lieben und hatte echt gute laune heute auch gerade belieben und jetzt würde ich sagen habe spaß mit super mario und meretz war das gauna so muss es sein ja das habe ich war letztes mal gemacht und ich habe es einfach und das gilt auch ein guter leben heute für den schulag gab also ich hatte einen schönen schultag gehabt heute lieben das einzige problem das nicht echt nervt am tag also mittwoch heute bin sehr sehr müde heute leider und ich hoffe ich kann wenigstens ein bisschen aufnehmen heute ein bisschen spaß haben ihr lieben weil ich kann ja nicht sagen ich bin müde und deswegen fällt die ganzen aufnahmen die heute vorab auch aus das darf ich ja nicht sagen und ja ich bin wirklich ein bisschen müde deswegen nicht wundern ich heute an diesem tag oder wenn ich vor auf vor aufgenommen haben für morgen ich glaube ich mache nichts auf wo auch mal alles frisch heute als frisch und das video sollte eigentlich von früher kommen aber ich hab's ich hab's mir nicht vorher gönnt ich weiß eigentlich von früher hochladen dieses video um weiß ich nicht kurz nach zwei oder so aber egal hat er nicht mehr klappt aber ich dann halt dachte ich ruhe mich nur mal ganz gut auf aus dass es mir ein bisschen besser auch geht ihr lieben und das problem ist leider haben wenn ich heute wenn ich halbmittags schlafen das ist halt nur zur not geleben dann kann ich abend nicht schlafen und das ist das problem ich kann nicht schlafen nicht abends wenn ich morgen schlafe oder auch abends wenn wir schlafen lieben dann habe ich halt ein problem ich kann nicht einschlafen wenn ich dann wieder schlafen deswegen ist es kacke wenn ich so ein scheiß style aber egal kann man jetzt machen lieben das ist jetzt trotz ein geiles level hier das finde ich einfach wie ich gerade hier einfach die religiöse lieben und das seht ihr auch ich bin einfach glücklich lieben ich versuche auch mich gerade anzustrengen lieben so muss ich auch sagen lieben ich bin zwar ein bisschen müde heute also nicht wunder wenn ich einmal und das ein oder andere mal heute nicht so konzentriert bin und nicht so konzentriert bin okay also nicht wunderlieben ich bin ein bisschen verrückt heute und auch nicht so konzentriert aber ich versuche mich zu konzentrieren und das war gar nicht so schlecht im level und wir haben es einfach im first fall geschafft hätte niemand gedacht dass wir es einfach schaffen im first fall alter ein post ein trink das go na ja sehr schön hätte ich nicht gedacht ob ich einfach so schnell jetzt diese geschaffen ja echt gar also echt verdammt gar nie darin lieben für die sehr leute lieben und ja heute ging so viel ab in der schule und wo ich bin einfach gerade so glücklich weil ich zu viel spaß heute heute in der und in der schule wo ich gerade bin ich da auch nicht dass ich da gemacht habe so aber ich glaube ich mache es mal im speziellen video wo ich halt auch noch zeit habe weil jetzt weil jetzt gerade habe ich nie die zeit lieben leider weil ich halt leider gerade nun der schöne mario 2 folge holen möchte und nicht mehr sorry aber vielleicht kann ich euch das ja einmal wieder ein geil mal kein acht mit dax video hochladen oder auch auf oder auch um die zeigen oder auch um die sagen wie ich mich da gefühlt habe oder ich bin nämlich gerade sehr glücklich lieben in der schule jetzt endlich mal ein 3d level hier bock drauf oh mein gott gar scheiß und jetzt die jungen ja so mit hier wirklich mal die jule von mario 3d wird aber okay ist halt eine geschmacht sache na egal ob das aber eine scheiß ja das ist aber echt kann also sehr aus den spielton auf jeden fall das ist ja auch ein guter leben ja er ist das futter war ich ganz klar er war echt gute lieben und du hast ihm echt gute leben und ich lieber einfach mal so was zu sagen also mit unterhalt und dann so müssen sagen ja gebe gut aber das problem ist leider die möglichkeit habe ich heute echt bis abgefuckt aber man kann ja nicht immer froh und wo zu sein das problem war ich konnte das nicht einschlafen ich habe wie man sieht dass er nur bis 9 oder das halb 10 wird gemacht oder auch bis später leben und dann habe ich gedacht kommt wie früh wird er wie dieser man das schaffen wie bitte wie kann man das schaffen ich werde ich war habe ich gefühlt aber naja gut wie kann man das ich bin ja ich bin sehr 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 aufgeregt gerade wie man es mir hier antun soll aber auch hier gut dann erst mal was tränen lieben aber ich habe noch mal drehs auf der lage liegen ich weiß es gibt tipps und ja man sieht mich auch ein bisschen müde an aber eigentlich bin ich ja gar nicht jetzt so flach gewandelt aber also ich habe schon manchmal heute am tag die hirnzellen die sind ein bisschen schwach oder sonst geht's auch nicht aber das gute leben wäre mal auch neue 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 person halt und so nah am start und das ist ja auch ein ganz gut so wie es gerade lieben und deswegen ja egal wie es gerade ist ja ein bisschen schwerer die arbeit gerade am start der schule sonst geht mir auch echt gute leben und keine sorge ich werde immer und immer wieder gerade wird lieben und ich werde auch einfach immer und immer wieder gut leben ich werde blieben ich werde ich werde versuchen schule auch wirklich ganz gut zu machen in dem und ich versuche auch wirklich gute laune da auch halt auch macht zu machen die ich werde auch alles mit liebe und mit ganz guter stimme machen okay ist mir das bestehen geben und ich bin also mann ich versuche einfach wirklich mir auch da wirklich viel viel mühe zu geben und ich versuche mir wirklich auch darauf lust aufzubauen ich versuche es nicht nicht zum beispiel einfach zu sagen ja kein bock und die erste schule ich versuche mir wirklich darauf eine gute stimme zu machen ja und es klappt ja ganz gut gerade ich würde sagen wir machen mal eine nächste runde und ja wir machen jetzt mal ein level 39 das ist eine gute die glaube ich doch guck mal wird auch kann und scheiße ja ich weiß so machen wir jetzt vergabt heute schon mal aber ich habe ja gedacht kommen egal new super mario ist ja sehr schön gewechselt okay ist doch echt geil bei view habe ich auch schon mal gebaut ja wir schauen ob wir es nicht schaffen jeden sehr gut ja es gab zwar schon von 3d oder auch endet der video aber ich liebe ja auch sogar das spielte und ich bin auch gerade sehr so wie ihr lieben nur ich bin ich bin ich bin ich bin schwach wegen ganzen müdigkeiten da aber das geht mir gut also extrem für mann mein kopf denkt immer nach wo es ist ich bin das mache ich kann mich sofort ins bell legen aber ich will nicht heute oder abend sie lieben okay aber okay ja es war ein bisschen doof ich habe ein bisschen dumme sachen auf am start also ich habe sehr pech halt immer leben halt wegen ja ich kann schlafen nicht mehr schlafen kann und das ein bisschen kacke aber okay und das kacke und jetzt kann ich mich noch nicht mehr auf das spiel aber ist auch nicht gut so wenig die man hier auf alle gut aber ich merke auch ich habe auch ein paar tipps auf dem lager mit wir machen die liegen halt so ein bisschen man kann auch wach werden so ein bisschen wenn man halt so ein bisschen termin ist weil ich habe heute auch gemerkt ich habe mir ich habe nämlich ein bisschen anders gerade gewöhnt von zu hause aus und zwar ich lecker und da habe ich auch gedacht kommen heißt das nicht wenn man für die finanzielle ist ein bisschen wacher ja ich habe gehört dass man auch wager wird und ich habe auch heute in der video gesehen also auf youtube halt ob man da auch einnehmen sollte also irgendwie helfen gegen müdigkeit weil irgendwie eis kühl und sowas auch nicht habe mir auch gedacht ich mache mal mein gesicht bisschen kalt und dann geht es noch besser aber das holen ist halt es hält ein licht mehr lange an das problem wir lieben müssen nicht sachen sind die ja nicht leider sehr lange anhalt aber sonst sind mir sonst ist er auf jeden fall anders habe auch gerade ein bisschen glaube ich die kraft halt ein bisschen ja heute hat ein bisschen die kraft halt unterstützt die kraft die halt noch haben aber der wir noch ein bisschen mehr kraft jetzt gegeben die ananas und ich habe habe ich noch irgendwo jetzt noch so zehn tabetten die ist echt gut und ich hasse die die scheiß für die bieten das kostet an der kann man jetzt abmachen hier irgendwie kommt mir an irgendwie boah ist das kacke blockheat kann man auch irgendwo jetzt dieses ich kann dieses übrige ertragen ist so kacke ich mag dieses übrige nicht die wir schon was ich meine oder egal ja ich bin einfach hier hier steuerung vielleicht mit euch nein gut ich hoffe aber mich hat mich heute die die scheiß die ist das ist einfach so unangenehm man nicht aber es ist halt unangenehm aber das ist mir echt gute lieben und halbte kacke heute am start aber ja hauptsache es gibt mir gesundheitlich gut außer halt der müde kacke aber sonst geht es gut ja genau aber ich finde es nicht schön wenn man müde ist ist okay man kann sich auch so schön machen man kann sich trotzdem machen lieben ich muss es so auch leider die paar beenden weil ich auch nicht auf bluten strecken wollten ich wollte einfach diesen paar jetzt beenden hier deswegen sind nicht mal danke für eure aufwendigkeit wie gesagt ich kann ja wenn ich kann und ich kann ich ja gar nicht auch die schrecken ich mache auch nicht rein ich mache kein werk wo rein ich mache an die drei lieben so nicht mal dankeschön für deine aufwendigkeit ihr lieben allah viel allah viel allah viel und dankeschön dass ihr dabei gewesen sein diesen kleinen party ja vielleicht spaß gehabt ihr lieben schönen tag und ja heute ist feier hallo